Herzlich Willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlock 189 am Dienstag, den 6. Juni 2023. Es ist 22 Uhr und wir haben noch 12 Grad Außentemperatur. Ich stehe wieder am Innendeich Breedstedt bzw. aus Struckum raus. Wer das mal googeln möchte, Lüttmorsil heißt das Gebiet und gucke wieder hier aufs Brackwasser, wie ich das neulich auch schon erklärt habe. Es war wieder ein wunderbarer Tag heute. Ich habe ja auf einem anderen Platz gestanden, habe dort auch den ganzen Tag gearbeitet, hatte eine Podcastaufnahme für die Camper Nomads. Sehr spannendes Interview, kommt Ende Juni online. Es geht um Vanausbau, Vanelektrik, Autarkie im Van, aber auch wie der Gast, den ich heute interviewt habe, dazu kam. Und ja, wie er das Ganze so macht. Also wirklich auch eine spannende Geschichte. Hört euch das unbedingt an. Heute ging bei den Camper Nomads noch eine Podcast-Folge online von Anja und von mir, André Talkt mit Anja. Da machen wir einmal im Monat so ein Update, was wir gerade gemacht haben, wo wir gereist sind, welche Herausforderungen wir hatten, was wir Schönes erlebt haben, was wir Neues gelernt haben, wo vielleicht auch ein bisschen Schmerz war etc. Und wie es dann so weitergeht. Also da hört gerne rein. Da erzähle ich auch immer sehr viel Privates letztendlich und sicherlich auch interessant für euch. Und dann habe ich heute Nachmittag noch eine WordPress-Schulung gehabt für einen lieben Kunden. Da macht es natürlich immer besonders Spaß, wenn man ja, wenn man auch einen privaten Bezug hat. Das ist nämlich ein guter Freund von mir. Ja, und dann war ich heute Abend noch, habe ich noch meine Sonnenbrille abgeholt bei der Mutter meiner Tochter, weil ich die da neulich wohl beim Aussteigen aus ihrem Auto, muss ich die irgendwie aus der Hand, aus der Tasche, aus der Jacke verloren haben. Die lag da auf der Auffahrt, Gott sei Dank, sodass ich die jetzt wieder habe und durfte dort noch Trinkwasser nehmen. Ich habe so eine 5-Liter-Gallone, seit ich in Griechenland war dieses Jahr, habe ich mir so eine größere 5-Liter-Glas-Gallone gekauft und noch 4 1-Liter-Flaschen, wo ich immer Trinkwasser aufbewahre, weil aus meinen alten Wasserleitungen und auch der Tank ist ja über 20 Jahre alt, da möchte ich einfach das Wasser nicht direkt trinken, so aus dem Glas dann. Und deshalb habe ich da immer Glasflaschen und habe dann Trinkwasser und da konnte ich das jetzt auffüllen heute Abend. Weil neulich an der Ver- und Entsorgungsstation konnte ich das nicht auffüllen, weil da schon das nächste Wohnmobil gewartet hat und dann will man ja da auch nicht sich ewig an dem Wasser dann labern. Deshalb habe ich das damals nicht gemacht, vor ein paar Tagen. Und jetzt wurde es doch knapp. Also ja. Ja, und jetzt stehe ich hier, nehme die Podcast-Folge auf gerade und werde dann noch ein bisschen Netflixen. Erzählt mal, schreibt mal bei Instagram oder bei Spotify drunter, welche Serien ihr gerade so anguckt oder welche Filme. Ich nehme sehr gerne, wie immer, auch nochmal Tipps an und freue mich da auf Anregungen von euch. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andré-anderswo.de vorbei. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.